Du fährst entspannt in deinem BMW und hörst deine Lieblingsmusik. Und plötzlich... Kracks! Deine Soundanlage hat schlapp gemacht. Du gibst BMW Soundanlage Reparatur im Internet ein und findest King Reparatur. Wie funktioniert es? Fülle unseren Reparaturauftrag aus. Verschicke die defekte Soundanlage direkt per Post. Oder komme bei uns in Augsburg vorbei. Innerhalb weniger Stunden reparieren wir dein Soundsystem und schicken es dir zurück. Ab jetzt kannst du endlich wieder deine Lieblingsmusik genießen. King Reparatur. Professionell, schnell und unkompliziert.